Ask Kempfersman! Ach Kempfersman! Schuld! Schuld ist gut. Ich benutze nicht seine Monado-Fertigkeit. Diese japanischen Schriftzeiten da. Ja. Was macht er denn? Was macht er denn? Ja, ich bin mal ein Mädchen. Oh, Barret von Falle. Ja, ich musste ihren Namen aussuchen. Du hast Zufall genommen, Alter. Nur noch Pikachu. Nee, Pikachu. Pikachu! Der hatte ne Waffe und dann ist der Amy sofort eingefallen. Aus Final Fantasy. Er ist ja auch Final Fantasy. Nein, nein. Xenoblade. Guck mal, drück mal rot, aber ganz schnell immer. Dann siehst du, wie du durchbrowsst. Weißt du? Da unten links steht immer das. Impuls heißt schneller Angriffsgeschwindigkeit. Weißt du? Und du bewegst dich auch schneller auf dem Boden. Und du haltest dich oben. Und duhmest wie du. Und du, wie du hast? Ja, siehst du. Weißt du, wie du hast. Und du hast dich oben. Schnelles errore. Oh, du bist. Ich hab keine Ahnung, aber ich kann die hauen! Ah! Lass mich doch die hauen! Den Pulse hatte ich eben schon mal, aber scheiße. Den Pulse andersrum. Ja, tschau! Also, wo bin ich? Also... Warum willst du in der Hand? Dieser Backslash zieht mehr ab, wenn du jemanden von hinten triffst. Rückenkorps. Das ist ein Nahkampf, wie bei Eich. Dass jemanden vorne treffen. Ha! Geil, Alter! Das ist schwer. Hör! 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 Ball runter! Boah! 190! Das muss... Da muss doch raus! Hehehehe! Hör! Spingen! 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 Ich hab ja diesen Straßball gemacht. Welchen Strahlen? Ja, genau. Ich hab ja oft hoch, aber so einen Strahlen nach oben geschossen. Ne, das ist der Dreher. Aber das hat er länger gemacht, das Schwert. Da hab ich das gekriegt. Ich weiß auch nicht, manchmal kommt das mir auch sofort, als wäre das Schwert länger an. In manchen Situationen. Was blöpst du da liegen? Bootstellt, oder was? Schießt er mit Erdnüssen auf mich? Das ist gar nicht immer so schön. Oh! Hohle! Ne, was hab ich denn gemacht? Ich hab das eigentlich ganz so gekriegt. Das ist ein bisschen mit ihm. Jetzt kannst du... Oh, das hab ich schon wieder! Nein, schon wieder! Du kannst es deaktivieren, wenn du dreimal hintereinander schnell drückst. Rot. Ganz schön. Du hast gesehen? Jetzt weg. Aber jetzt kannst du das für eine Weile nicht benutzen. Alles hat eine Abklingzeit. Okay. Die Abklingzeit ist so lang, wie... Es... Ähm... Abklingzeit ist genauso lang, wie als wenn es normal aufhört. Okay. Der kann... Wenn du Air Slash machst, kannst du nochmal drücken. Den roten Knopf drücken. Dann macht er einen zweiten... Zweiten. Ja! Da bin ich erwischt! Am Helm! Am Helm! Beim Air Slash... Wenn du oben bist, kannst du nochmal den roten Knopf drücken. Dann macht er so einen seitlichen. Warte mal. Dann werde ich nach oben rot drücken. Hast du gesehen? Ja, geil. BAM! Es hat gleich funktioniert. Ja, sowas wie bei Ike. Was? Ein Gamaro? Ja! Er ist mir ins Gesicht gesprungen, ey! Boah, zack, ey! Ja! Gleich weg. Ja! Die, die kommen, ist wirklich! Zu kurz zu füllen? Ich höre den auch. Das Gnach kommt noch ein Stück nach vorne. Boah, die gar nicht schön ist. Oh! Das ist wie bei Fox, dieser Scheiß! Das heißt mehr Schaden, aber du erlagerst auch mehr. Schon wieder jetzt? Also... Ja super! Was denn das für Moves? Nein! Backslash! Leidet Gold nicht mehr schauen, das merkst du richtig. Ja, weil ich Schild nicht, da leidet der Gold nicht. Ja, auf jeden Fall der Dings einsetzt. Die Fähigkeit. Deshalb fasse ich die Dinger nicht an, höchstens nur springen. Ja, weil der macht echt, echt deutlich. Nein! Schon wieder, ey! Der braucht so lange, um sich zu erholen. BAM! Das sieht halt gleich aus, ne? Und der hat schon ein bisschen. Oh! 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 Toil, der Kopf ist so riesig, ey. Wie bei GoldenEye, aber die dickhauten. Hör an! Das war wie jung noch, ey. 4,6, ey. Ja, das ist bei dir. Höh! 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 Mach doch weiter! Du wurdest doch immer wieder getroffen. Ach ja, ich konnte... Ach, scheiße. Alles schon in Ordnung. Da muss man erstmal mit zurechtkommen, ne? Natur. Ja, mir ist kein Name eingefallen. Thor. Das ist für ein Lanzalord. Ja, er hat ja keinen Hammer. Das ist das Blöde. Jetzt hätte ich Thor genommen. Das ist das Blöde.